Ganz ehrlich? Crystal Quest? Was für ein nicht sagender Name mit einem nicht sagenden Cover. Dahinter kann sich ja quasi alles verbergen. Von einem Rollenspiel bis hin zu einem Action-Plattformer. Da mich das Ganze aber irgendwie neugierig gemacht hatte, habe ich das Spiel trotzdem auf einer Börse eingesteckt. Also, lasst uns mal zusammen herausfinden, was sich dahinter versteckt. Was taugt Crystal Quest für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien 1991 in den USA und wurde von DataEase programmiert und natürlich auch veröffentlicht. Andere Teile der Welt bekamen keine Version ab. Ob diese schade ist, das klären wir gleich. Ursprünglich erschien das Spiel bereits 1987 auf Macintosh-Rechnern und wurde seitdem auf diverse andere Systeme portiert. Darunter auch eher ungewöhnliche Geräte wie den Palm. Okay, ihr seht es wahrscheinlich schon am eingeblendeten Gameplay und bei den Entwickler DataEase sollten eigentlich fast schon die Alarmglocken schrillen. Euch erwartet hier ein relativ simples Arcade-Spiel. Mich hat es sofort an den Klassiker Asteroids erinnert und ich glaube auch mit diesem Spiel kann man ganz gut das Spielprinzip von Crystal Quest erklären. Ihr steuert in der Mitte ein kleines Raumschiff. Die Spielfläche ist der ganze Bildschirm. An den Seiten gibt es Flugen aus denen Gegner herauskommen. Eure Aufgabe ist es die in den Leveln verteilten Kristalle einzusammeln, daher auch das Spielname. Dann öffnet sich unten ein Tor und damit gelangt ihr dann in den nächsten Level. Es kommen dabei natürlich immer mehr und immer schwierigere Gegner die es zu überwinden gibt. Dazu habt ihr eine normale Bordkanone mit unendlicher Munition und wenn der Bildschirm vor Fieslingen überquillt, könnt ihr Bomben einsetzen die alles töten. Letztere gibt es natürlich nur in begrenzter Anzahl, wobei ihr hier und da natürlich Nachschub einsammeln könnt. Die Gegner sind dabei vielleicht nicht von der optischen Gestaltung abwechslungsreich, aber von ihren Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel das einfache Kanonenfutter, das im Prinzip nichts besonderes kann, aber auch quasi minenlegende Fieslinge. Also solltet ihr immer die Augen offen halten. Ein Kernfeature ist die etwas seltsame Steuerung. Ich meine, klar, ich steuere das Schiff ganz normal mit dem Steuerkreuz. Mit einem Knopf betätigt ihr dann die Bordkanone und mit dem anderen könnt ihr die Bomben zünden. Allerdings hat das Schiff ähnlich wie in Esteroids ein Momentum und muss immer erst etwas Fahrt aufnehmen. Dieses bezieht sich dann sogar auf die Schüsse. Steht ihr still und schießt, dann bleiben die Kugeln einfach in der Luft hängen. So seid ihr also immer dabei durch den Raum zu flitzen, Gegnern auszuweichen und im letzten Moment abzudrehen. Leider gibt es keine großen Waffenupgrades oder ähnliches. Selbst die Level sehen optisch immer gleich aus und das ist echt schade. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei natürlich relativ knackig. Continuous oder gar Passwörter gibt es nicht und so ist es ein klassisches Highscore-Jagdspiel. Kommen wir zu dem technischen. Grafisch hält sich das Spiel schon mal eher zurück. Es gibt keine großen Sprites oder sonstige effekthaschende Effekte. Das ist jetzt für ein Arcade-Spiel durchaus in Ordnung. Es kommt ja schließlich eher auf das Gameplay an. Was ich jedoch nicht so in Ordnung finde, ist der Sound. Während die Effekte im Prinzip das sind, was ihr vorhin erwartet, glänzt die Musik mit kompletter Abwesenheit. Und wirklich, kompletter. Also liebe Entwickler, etwas mehr Mühe hätte man sich hier definitiv geben können. Was taugt Quiz & Quest für den Gameboy also heute noch? Ganz ehrlich, mein Fall ist es nicht. Wer jedoch auf diese Oldschool Arcade-Spiele steht, sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Das Spiel verpasst aber leider viele Chancen, das Ganze etwas aufzupeppen. Etwas mehr technische Abwechslung oder ein Passwort-System hätten im Spiel echt gut getan. Das war Testo Quiz & Quest für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was er tun ist, ihr fantastische Menschen. Und dann sollst du ihn sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.